Willkommen zur Energy Pyjama Party. Applaus! Habt ihr Bock heute? Es wird nur das Bett ausgelost. Wer mit seinem Partner in welchem Bett schläft? Auf Wiedersehen! Es ist schon kurz vor sieben, was ist ja los? Boah, steck ich bei mir im Bett, Hammer. Richtig geil. Das ist auch geil. Außerdem haben wir das schön gesetzt. Die Küssen schlafen am lustigsten. Guten Morgen. Gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Da holt ihr echt seine Gitarre raus. Unglaublich. Auch kurze Orientierungsschwierigkeiten, aber ich glaube... Schlafen wir da alle in einem Raum? Mama, wir sind in der Schlafzimmerabteilung vom Ikea. Das habe ich dir doch hundertmal erzählt. Da haben wir alle geschlafen oder so getan halt.